Zumindest Autofahrer machen das noch, Radio hören. Immer die gleichen Lieder und zwischendrin Nachrichten, Wetter, Verkehr etc. Man kann es noch auf ganz klassische Art und Weise machen wie ich hier mit einem RFT RC86 aus der DDR oder man geht mit der Zeit und macht es am PC. Etwa mit diesem 2005 verschiedenen Personal USB Radio von Ava Media, welches ich im unbenutzten Zustand vom Nutzer Peacemaker zockt bekommen habe, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle. Für knapp 20 Euro bekam man damit die Möglichkeit an einem Windows Rechner UKW Radio zu hören und Radio Mitschnitte anzufertigen. In der Verpackung gibt es zunächst einen leicht dicken USB Stick, der wie ein Speichermedium wirkt. Dazu gibt es ein 3,5 mm Klinkenkabel für die Verbindung vom USB Stick zur Soundkarte, woran noch eine dünne Antenne verbunden ist. Die ausklappbare und in mehreren Sprachen ausgedruckte Kurzanleitung und die CD mit der nötigen Software darf dabei nicht fehlen. Probieren wir das gute Stück an diesem zeitgemäßen ThinkPad X41 aus, wo wir den Stick in einen freien USB-Steckplatz einstecken. Das Klinkenkabel muss mit dem Line-In-Eingang in der Soundkarte verbunden werden. Da dieses Notebook keinen Eingang hat, nutzen wir stattdessen den Mikrofonanschluss. Die am Kabel befestigte Antenne muss so verlegt werden, dass der Empfang der Radiosender gewährleistet ist. Fehlt nur noch die Software von der CD. Nicht nur das Programm zum abspielender Radiosender ist dabei, sondern auch ein Acrobat-Reader und ulkigerweise ein DirectX. Es ist vor allen Dingen gut, dass die Software dabei ist. Im Internet gestaltet sich die Treibersuche für das Gerät zum Höllenritt. Beim ersten Start der simplen Anwendung USB-Radio werden zunächst Sender gesucht. Das ist insofern löblich, da wir dann vorgefertigte Programmplätze erhalten. Da das Programm den ganzen UKW-Frequenzraum von 108 bis 87,5 MHz durchsucht, kann das eine Weile dauern. Irgendwann gibt es viele Programmplätze, wo die Software meint, ein Radioprogrammempfang zu haben. Manchmal ist da wirklich was, manchmal aber auch nicht. Zumindest können wir die einzelnen Programmplätze nun benennen und an der Frequenz noch Feinjustierungen vornehmen. Da man auch aufnehmen kann, gibt es auch dafür Einstellungen. Codec, Attribute und Speicherort. Das Wichtigste ist immer noch das Empfangen von Audiosignalen, das nehmen wir hier vor. Wenn alles geklappt hat, belohnt man uns mit Tönen. Jetzt kann man sich durch die ganzen angelegten Programmplätze durchklicken und die vorgespeicherten Frequenzen anhören. Je nachdem wie gut der Empfang sein wird, entweder in Mono- oder Stereo-Qualität. Lang der fortgeschrittenen Technik braucht man keine Kassetten mehr. Ein Mausklick genügt nun, um die im jeweiligen Radioprogramm abgespielten Töne digital abzuspeichern. So schön das auch klingt, trotz entsprechenden Einstellungen klangen die aufgenommenen Testdateien nicht wirklich gut, fast schon katastrophal. Ich habe mir aber auch nochmal die Freiheit genommen, um den Radiostick an meinem Hauptrichter mit Windows 10 einzurichten, was überhaupt kein Problem war. Alles lief ähnlich ab wie unter Windows XP, nur wurde fürs Live-Radio kein Gerät erkannt, da musste man manuell nachhelfen. Doch gerade da gelang die Aufnahme eher. Die Antenne ist eine Art sehr langes Kabel mit einem Plastikstück am Ende. Nicht gerade die eleganteste Art Radioprogramme zu empfangen, da ich teilweise wie zu Zeiten, wo es noch die furchtbare Indoor-Fernsehantenne gab, ganz doof stehen musste, damit der Empfang einigermaßen gut war. Teilweise machte sich das Audio selbstständig. Mit einem klassischen Radio habe ich zumindest in meinen Räumlichkeiten einen etwas besseren Empfang. Aber das kann von Standort zu Standort variieren. Es gibt noch einen Radioscheduler, womit man festlegen kann, an welchem Tag im Monat zu welcher Uhrzeit automatisch das Radioprogramm einer bestimmten Frequenz aufgenommen werden soll. Vielleicht um die super duper 90er Partyshow aufzunehmen, die an jedem 15. eines Monats um 23 Uhr läuft, wer weiß. Weiterhin gibt es noch das ominöse Programm Quick-USB-Radio. Das ist aber keine Light-Version von USB-Radio, es ist eine Art Quick-Launch für beide Programme, der automatisch mit Windows starten will. Zu Zeiten, wo Streaming nicht so ein Thema war und Musikkäufe übers Internet noch in den Kinderschuhen steckte, war so ein USB-Radio sicher eine Existenzberechtigung. Heutzutage ist sowas schon, wie es einige englischsprachige Retro-Technik-YouTuber nennen würden, Oddware, ich zitiere, that is odd, forgotten and obsolete. Aber es erfüllt seinen Zweck. Die Aufnahmeeinstellungen sind zickig, das Antennenkabel ist ein Witz und man kann bequem am PC das gute alte UKW-Radio hören. Fehlt eigentlich nur noch eine vernünftige USB-Lösung für DAB Plus.